Ein schönen guten Abend da draußen. 1Live Rocker-Zeit ist mal wieder im Sektor. Das heißt für euch da draußen aktuellste Clubmusik von mir und von Gast-DJs und von unseren 1Live Rocker Residents. In der ersten Stunde von 0 bis 1 mit mir, Mogwai, von 1 bis 2 geht es weiter mit einem Gast-DJ und von 2 bis 3 spielen unsere 1Live Rocker Residents. 1Live 2.10 steht ja quasi vor der Tür mit 50 Clubs, 50 Partys und das alles in einem Sektor. Die größte Clubnacht, die der Sektor je gesehen hat und da freuen wir uns auch bei diesem Event Martin Solveig mit dabei zu haben. Martin Solveig müsste eigentlich jeder kennen, spätestens durch seinen weltweiten Top-10-Hit Hello, den er nach 20 Jahren DJ sein produziert hat. Wahnsinn, aber manchmal dauert es einfach etwas länger bis zum ersten großen Welthit. Seitdem produzierte und tourte er mit Madonna auf ihrer letzten MDNA-Tour. und veröffentlichte weiter eigene Singles und ganz aktuell eine Kollaboration mit Late-Back-Luke. Da er ja bei 1Live 2.10 mit dabei ist, spielt er hier heute schon mal nachher ein einstündiges DJ-Set von 1 bis 2, um uns schon mal ein wenig einzustimmen. Von 2 bis 3 sind dann unsere 1Live Rocker Residents am Start und da spielt heute der Berliner DJ Wankelmuth. Mein Opener kommt heute von Safiens oder Safiens und der Titel heißt Kloffs Story. Richtig zum Eingrooven, wie ich finde und erinnert mich ein wenig an ganz alte Sven-Veht-DJ-Sets, die er so damals in alten Ohm in Frankfurt gespielt hat. Die Leute, die schon länger diesen Sound hören, wissen, was ich meine. Wie auch immer, ich fange jetzt erstmal an und wünsche euch viel Spaß in den nächsten 3 Stunden hier auf 1Live mit den Rockern. Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.